Wenn man den aktuellen Fall anschaut, dann ist es so, dass es dem Patienten gut geht. Er ist aber weiterhin isoliert am München-Klinikum Schwabing und wird dort medizinisch überwacht. Die Kontaktpersonenermittlung läuft auf Hochtouren, vor allem im familiären Umfeld und im Umfeld der Firma, die bereits informiert sind. Weitere Maßnahmen werden sein, dass wir eine Hotline einrichten werden, wo sich auch besorgte Bürger hinwenden können bei Fragen. Das wird heute noch geschehen. Wir beraten auch mit dem Bund weitere Maßnahmen, zum Beispiel, ob es sinnvoll sein kann, auch an Flughäfen Fieber zu messen. Da ist aber noch keine endgültige Entscheidung da. Und zu den weiteren Einzelheiten würde ich jetzt direkt das Wort an den Herrn Dr. Zapf geben. Es handelt sich um einen 33-jährigen Mann, Mitarbeiter einer Firma im Landkreis Starnberg, der an einem Meeting am letzten Dienstag, Dienstag, dem 21. Januar, hier im Landkreis Starnberg teilgenommen hat. Die Schulungsleiterin oder zumindest an der Meeting teilgenommen, aber wohl eher so in Leitungsfunktion, so was wir gehört haben, war eine Chinesin. Diese Firma unterhält ebenfalls Zweigwerke in China. Die Chinesin stammt nicht aus Wuhan, sondern kommt aus Shanghai, hatte aber einige Tage vorher Besuch von ihren Eltern, die aus der Region Wuhan stammen. Sie hat sich dann auf dem Heimflug kritisch gefühlt oder krank gefühlt und ging dann in China in ärztliche Behandlung. Und dort wurde eine Testung, eine Diagnostik auf Coronavirus vorgenommen, die positiv war. Einmal ist ja eine Testung empfohlen, wenn man klinische Symptome hat und einen Aufenthalt in der betroffenen Region hat oder wenn man klinische Symptome hat und Kontakt mit einem Erkrankten oder jemandem, der mit Coronavirus kontaminiert ist, befallen ist, hat. Daraufhin wurde also eine Diagnostik gestern Nachmittag vorgenommen. Daraufhin wurde gestern Abend entschieden, dass der Patient in stationäre Behandlung geht. Er selbst, also die Klinik an und für sich, hätte eine stationäre Behandlung jetzt nicht zwingend erforderlich gemacht. Er ist ja am Montagfrüh auch schon wieder zur Arbeit erschienen. Aber es erschien uns sinnvoller und es erscheint mir absolut sinnvoll und notwendig, dass er jetzt hier klinisch überwacht wird. Es ist eine gewisse Isolationswirkung natürlich da. Zum Zweiten aber haben wir ja doch bei der Behandlung, bei der Therapie von Patienten mit Coronavirus in Deutschland relativ wenig Erfahrung. Und daher erschien es uns sinnvoll, wenn dieser Patient stationär überwacht wird. Ja, dem Patienten geht es sehr gut. Ich habe ihn heute Morgen mit meinen Oberärzten visitiert. Der Patient ist wach, ansprechbar, ist fieberfrei, hat keine Atemwegsymptomatik und man kann sehr gut mit ihm Kontakt aufnehmen und sich ganz normal mit ihm unterhalten. Die Isolierstation halten wir insbesondere für Patienten mit hermoragischem Fieber vor, also Ebola als Stichwort. Hier ist die Kontagiosität, also die Infektgefährdung für Mitpatienten und auch Personal, die sehr viel höher haben, auch die Literatur im Übrigen, sodass der Aufwand sozusagen nicht angemessen wäre, für einen Coronavirus-Patienten eine Sonderisolierstation zu öffnen. Sie müssen sich vorstellen, wir müssen das für jeden Influenza-Fall tun, aber wir können sozusagen die Patientin gut behandeln unter den Bedingungen, wie wir das jetzt tun. Wir können Mitpatienten schützen, wir können Pflege- und ärztliches Personal ebenso schützen. Das ist völlig außerordentlich. Wenn natürlich Kontaktfälle symptomatisch sind, dann sind die zu isolieren, das heißt nicht zwingend in der München-Klinik Schwabing. Da ist auch eine Notaufnahme im Starnberg in der Lage, da gibt es auch internistische Kliniken in der Region. Also das ist eine bayerische Aufgabe, wenn Sie so wollen. Wie wird der Patient jetzt weiter behandelt? Der Patient erhält konkret zurzeit freie Flüssigkeit, wie wir das nennen, inhaliert regelmäßig, um sozusagen auch die Atemwege freizuhalten. Er hat keine Antibiotika über die Vene und das ist auch nicht notwendig. Es erfolgen regelmäßige Blutentnahmen, um den Infektverlauf natürlich zu monitorieren. Kann man schon sagen, wann der Patient da als Gehalt gelten könnte? Das ist eine Antwort, die ich Ihnen momentan nicht geben kann, aber ich würde sagen, das wird sich innerhalb weniger Wochen abspielen. Das wäre eine Schätzung.